Guten Tag Herr Professor. Guten Tag. Welches Fach unterrichten Sie? Also ich unterrichte Rechnungswesen, also UNCO, Wirtschaftsinformatik, Controlling und Business Training und Überschirmen. Haben Sie viele Klassen? Ja, ich habe derzeit 12 verschiedene Klassen, also sehr viele. Und wie war das Distance Learning für Sie? Das Distance Learning ist eigentlich gut gelaufen, also die Schüler haben sehr gut mitgemacht. Was ich aber leider sehr schade gefunden habe, dass leider der soziale Kontakt gefehlt hat. Das heißt, man war nicht in der Klasse, man hat keine direkte Rückmeldung gehabt, ob die Schüler das jetzt verstanden haben, wie es denen geht. Und gerade das ist das Schöne eigentlich an diesem Beruf, dass man die Schülerinnen und Schüler gegenüber sieht. Und ich finde auch, dass es so war, die ganzen Aufgaben immer rückmelden, was sie gut gemacht haben, was nicht so gut gelaufen ist, ist halt sehr schwer über das Internet. Und wie stehen Sie zu einem weiteren Lockdown? Also ich hoffe, dass es keinen zweiten Lockdown gibt, einfach weil ich sehr gerne in die Schule gehe. Und wie es zur Zeit läuft, also mit diesen Maßnahmen, denke ich, dass wir das Schuljahr gut schaffen. Und wenn wir alle zusammenhalten, dann werden wir auch diese Krise meistern. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.